Rote Rosen Vorschau Folge 3700 Ban kann mit Maltes Hilfe verhindern, dass Tina von den Inkasso-Typen Wind bekommt. Doch der Druck wird größer und er streitet sich wegen Nichtigkeiten mit Tina. Malte macht ihm klar zu, er soll seine Ehen nicht belasten. Ben vertraut Malte wieder, bis er zufällig ein Telefonat von Malte und Milla mithört. Gunther und Dörte sind enttäuscht, es sieht so aus. Doch dann ist die Überraschung umso größer, als Merle plötzlich vor ihrer Tür steht. Als ob Merle nicht zur Hochzeit anreisen kann. Sowohl Niki als auch Finn leiden unter der Trennung. Niki wollte Finn zuvorkommen, denn sie ist überzeugt, den Seitensprung könnte er ihr nicht verzeihen. Doch Finn bringt Niki mit einem Liebesappell zum Umdenken. Als er auch noch sein Referendariat in Leipzig für sie aufgeben will, klopft Nikis schlechtes Gewissen an und sie muss mit der Wahrheit rausrücken. Charlotte kann sich nicht überwinden zum Treffen der Selbsthilfegruppe zu gehen. Ein offenes Bekenntnis von Amelie, nicht vor ihren Ängsten davon zu laufen, bestärkt sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.